Sambri und Bacilessik Herzlich Willkommen zur Sambri und Bacilessik Nachrichtenzeit Das Coronavirus regiert mittlerweile schon fast die ganze Welt Sie sollten, liebe Zuschauer, bleibt zu Hause Und seid ihr auch etwas älter, bleibt noch mehr zu Hause Lasst euch von euren jüngeren Familien wieder einkaufen Die Regierung rät das euch Und sobald ihr irgendetwas habt, ob es nur eine normale Erkältung ist, ein Schnupfen, ob ihr Husten habt Zu Hause bleiben, A ist das A und O, um diesen Virus nicht auszubreiten Stell dir das vor, es ist leichter, erst eine leichte Steigung und dann wieder eine leichte Senkung zu laufen Nicht in den steilen Berg hoch und dann direkt wieder runter Das geht nicht so gut So müsst ihr euch das vorstellen, ist es mit der Ausbreitung vom Coronavirus Und das war's dann heute auch schon wieder mit der Newstime von Baci und tschüss Von Baci und tschüss VALLEN